Wo ist unser lieber Freund? Wollt ihr mich verarschen? Evade the military Muss ich die Typen jetzt alle töten oder was? Alle mit den Raketenwerfern, da wollt ihr mich alle verarschen Komm her du Knecht Ey, wie ich ihn mich treffe Okay, mit dem Anvisieren funktioniert schon mal Gut Einer müsste noch irgendwie sein Oder zwei Und der letzte ist hier Da ist noch einer Okay, da kann ich immer mehr Das heißt, wir müssen uns einfach in den anderen Typen verwandeln Oh Oh Okay, wir haben alles schon geschafft Continue Okay, wir müssen weiter Revenge was the only clear thought in my head The only one I could call mine I knew Gentech was the key It made sense I'd worked there I'd had Dana investigating its operations And then there was Blackwatch And then there was Blackwatch Whatever had changed me Erased my past Must have started there I thought if I could find out who was running Gentech Before Blackwatch erased them too I could find my past What did you think What did you think that would gain you? Answers I wanted to find out what happened to me The reason Someone to blame Someone I could punish Tell you the truth I never thought I'd find her I wish the hell I never had Okay So Okay, unser Ziel ist es Den Vorsitzenden von Gentech Zu finden Und seinen Grund Und den Grund herauszufinden Warum wir so geworden sind Und warum sie erst auf unsere Familie und auf uns selbst Abgesehen haben Okay Das ist schon mal geil Haben wir eigentlich hier irgendeine Map oder so? Oh, wir können Upgrades freischalten Ähm, hier Jawohl Shield Power Okay The shield will absorb damage on impact Preserving your health completely Until it breaks Once broken, the shield must regenerate Before it will once again repeal damage Airdash While jumping redirected with the Airdash Airdash can be used to avoid Projectiles get extra distance in a jump Or change your trajectory In mid flight Experiment with this move It's an important one To master Upgradable Okay Use dive roll to avoid projectiles and attacks Dive roll is an important move to master Bla 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 Ich wäre eher für Airdash Okay Wir haben ja 47.000 EP Evolutionary Step Okay Ist auch cool Das kostet 100 Das können wir gleich kaufen Was haben wir hier? Go beyond the constraints of maximum health An enter critical mass mode for increased attack damage And the ability to deploy devastator attacks Upgradable Das hört sich schon mal gut an Oh Das ist auch schon mal nice Flying attack Sprint Grab allows you to snag ammo or victims without sacrificing movement Grab and run Increase flying kick range speed and damage with this upgrade Great against helicopters or UAVs Das hört sich gut an Und es haben wir nur noch 2000 Oder? Ja, 2000 Punkte Das heißt, wir können nichts mehr upgraden Okay Achja, wir wollten wegen der Map schauen Ne Controls Da müssen wir hin Kann man hier zu einem Punkt setzen? Achja, Mark RB Wartet Wow Einfach mal ein rückwärts alt, das ist auch, gell? Ne, hier sind wir näher Dann nehmen wir hier mal einen Punkt Gucken wir uns mal an, was wir hier zu tun haben Free roam You are now in free roam mode Head to the marker on your minimap to acquire a mission Okay, unser Hauptziel ist anscheinend dieser Stern da unten Aber ich möchte trotzdem nochmal sehen Was dieser grüne Fußabdruck da hinten ist Dabei können wir uns ja mal ein bisschen spielen mit den Leuten hier Oh Das füllt unsere Anzeige gewaltig auf, okay 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 Ich wäre mal dafür, dass wir unsere Tarnung eben versuchen Diese Frau sieht nett aus Danke sehr Da sieht mir diese coole Frau aus Gut, dass wir das immer sein können Ich bin Ich bin Wot the fuck Was ist denn hier los? Was ist das hier? Ich bin 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 Oh Okay Okay, ich hoffe, sie haben uns jetzt verloren. Okay, sie haben uns verloren. Das ist gut. Ich hoffe, wir können jetzt da rein. Das war ziemlich geil. Ich möchte gerne sehen, was da drin los ist. Was ist mit den Leuten das? Ach so, das ist Gentek. Okay. Können wir hier rein? Okay. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man hier durch. Ich sehe wirklich gar nichts, auch nicht mal einen Hintereingang. Mann. Das sieht irgendwie nicht so aus. Klettern wir hier einfach mal hoch, ist doch egal. Ich möchte sehen, ob wir hier irgendwo hineinkommen. Kommen wir hier irgendwo rein? Das sieht nicht danach aus. Okay. Dann gehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zurück zu unserer Hauptmission. Ich will aber gerne trotzdem High-Flying. Ach so. East Jumping. Heißt das zufällig, dass wir hier runterspringen müssen? Okay. Vielleicht bekommen wir hier die ganzen XP. Das wäre ziemlich geil. So. Wir nehmen jetzt mal dieses hier ins Visier. Okay. Vielleicht bekommen wir hier die ganzen XP. Okay. Ist egal. Ähm. Jetzt springen wir hier einfach mal runter. Okay. Das war anscheinend nicht das Ziel, dass wir hier erreichen müssen. Okay. Aber wir gehen jetzt einfach mal zur Hauptmission rüber. Oh yeah. Das machen wir jetzt. Also ich finde das Open World herumlaufen hier richtig geil. Wow. Aber was ist das hier? Ach so. Okay. Das heißt, wir haben in dieser Welt auch solche Teile versteckt, die uns XP geben. Und wir haben das erste von 200 gefunden. Okay. Okay. Können wir amüsieren. Ah. Das heißt, wir können hier auch verschiedene Formen noch freischalten, wie viele wir speichern können. Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. So. Wir bewegen uns jetzt einfach mal auf das Hauptziel zu. Das wäre ziemlich geil. Okay. Wenn wir hier schnell laufen könnten oder dieses Gleiten. Was haben wir noch nicht? Ziemlich schade. Na ja. Von der Story her ist das auch ziemlich cool. Okay. Wir sind ein Testobjekt, das von irgend so einer beschissenen Firma grundlos ausgewählt oder? Okay. 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 Uh, your permit? Oh my god. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? I can't remember. Okay. 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 Er hat eine neue Strain. Er hat 50 von meinen Männern verletzt und hat durch eine 2-Foot-Steel-Tür gebrochen. Interessiert? Ich bin dein Mann, Sir. Ich muss dir nicht sagen, was an der Fall ist. Okay, jetzt gucken wir uns das gleich mal an. Warum wollen die uns so dringend loswerden? Ja, okay. Wir haben einige Leute von denen getötet, also... Und ich will es mir nachvollziehen. Ach ja, was ich noch zu sagen habe. Die Prototype-Vision für den PC. Da gibt es anscheinend, was ich in einem Forum gelesen habe, irgendein Patch, das es auf Deutsch übersetzt wurde. Ja, und das fühlt mir wirklich leid, dass ich es nicht auf dem PC... Ja, als Player. Aber ich habe es nun mal jetzt schon mal für die Xbox. Ich glaube, so schlimm wird es ja auch jetzt nicht sein. Ich muss jemanden finden, den ich nutzen kann, um zu dieser Facilite zu kommen. Doch, das ist... Das... Da waren wir eben. Okay, enter the Gaintech Facility und decktet. Okay. Okay, that should get me to the perimeter. But I don't think it'll be enough to get me inside. I need someone with rank. With rank. Welcome to the Seine. Locate the Gaintech Facility Commander and consume him. Use this just to get inside. Okay. The spooks aren't just digging in, they're taking over. So, got angezeigt. Okay. To infiltrate a base, locate and consume the Facility Commander. Use this just to enter the facility und decktet. Okay. Alright, he's my ticket inside. Mirror detectors can see through your distress. When the light changes the yellow, they are detected you. When they go red, they have located you and raised an alert. We're gonna have to be careful around these things. So. Okay. Da diese Typen sowieso so dumm wie Brot sind, checken sie sowieso nicht, wer gerade getötet wurde. Okay. Dann müssen wir ihn wohl runterholen. Tschüss. Okay, die Anzeige sinkt wieder. Die Typen sind wirklich so dumm wie Brot. Die Fähigkeit von Alex Mercer erinnert mich irgendwie an die von Spider-Man. Fuck, mir fällt der Name von diesen vielen hier nicht ein. Scheiße. Ich habe ihn vor kurzem gelesen. Oh shit. Fuck. Okay, ich muss vorsichtig sein. Okay. 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 Elizabeth Green. The time for waiting is over. I don't understand I am your mother